Ja, erstmal voller Fokus auf Estland. Wir wollen den Gruppensieg noch holen. Wir müssen die Chancen, die wir kriegen, direkt nutzen und dann bin ich guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen. Es sind zwei ganz coole Länderspiele, glaube ich. Wir haben die erste Partie noch ein Quali-Spiel. Ich glaube, wir sind fix qualifiziert, aber es geht trotz allem noch um einiges. Ich werde versuchen, beim Training meine bestmögliche Leistung abzurufen. Ich weiß, warum mich der Trainer oder der Teamchef mitgenommen hat oder für den Lehrgang einberufen hat und das möchte ich wiedergeben und dann wird man sehen, ob ein Einsatz dann zur Buche steht oder auch nicht, aber allein da dabei zu sein ist einfach eine riesengroße Ehre. Es gibt immer noch theoretisch möglichen ersten Platz zu holen und dafür möchten wir uns bei AUSA-Gerben erledigen und dann am Ende natürlich auch am Dienstag ein großes Spiel gegen Deutschland, gegen eine große Nation bei uns daheim im Stadion, hoffentlich vor aufverkauften Haus. Und das ist so ein Spiel gegen die Besten. Ich glaube, ich will immer einfach am Platz stehen und da will man auch immer einfach zeigen, wie gut wir schon sind oder auf welchen Stand wir sind und wie gut wir Fußball spielen können, jeder Einzelne und wir als Mannschaft. Darum sind es wirklich zwei sehr interessante Spiele und wie vorher schon gesagt, darauf werden wir uns so gut wie möglich vorbereiten. Es ist natürlich ein Prestigeduell, da freuen wir uns alle sehr drauf und ich glaube, es wird auch super Stimmung werden im Stadion und ein super Jahresabschluss. Spiele im Stadion im Stadion Untertitelung des ZDF, 2020